Herzlich willkommen! Heute möchte ich den deutschen Interview von Minamino Takumi und seine zwei Gesichter von Minamino Takumi und seine zwei Gesichter zurückhaltend, vielleicht ein bisschen schüchtern hier, wenn sich alles auf ihn konzentriert. Ja, glaube ich so, weil Japaner ist, japanische Mentalität und so kann ja, aber ein bisschen ruhiger mehr als europäischer Mensch und ich auch, das ist mein Charakter. Ich weiß nicht, dass ich jetzt was, was ich weiß, aber ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, aber ich weiß nicht. Ich habe nur 30 Minuten gesehen, aber ich weiß nicht, dass ich das erste Mal gesehen habe, dass ich sehr süß. Ich habe auch schon ein Interview gesehen, dass ich etwas恥weißer und kenne mich. Ich habe auch schon sehr süß in Europa gesehen. Aber kompromisslos. Hier auf dem Platz. Ich habe mehr Emotionen und mehr aggressiver und ja. Ich habe mehr Ich bin nicht mehr als aggressiver. Ich bin nur auf der ganzen Fußballbühne. Und endlich ist er angekommen auf der ganz großen Fußballbühne. Fünf Jahre ist Takumi Minamino in Salzburg. Fünf Jahre warten. Ja, das freut mich sehr. Wir sind jetzt Champions League Mannschaft. Und gegen jeden Spiel gegen super Gegner und starker Gegner. Das ist für mich eine gute Erfahrung. Und ich genieße jetzt Champions League. Man merkt's. Jetzt war es sehr gut. Es war sehr印象lich. Ja, das war eine besondere Nacht. Ja, gegen Liverpool in Anfield. Es war seit meinem Jünger war ein Traum, in Anfield zu spielen. Und da habe ich ein Tor gemacht. Ich glaube, ich kann nicht vergessen mein ganzes Leben. Das ist eine große, große Memory. Wie heißt es? Wo ist Erknochen? Erknochen, ja. Er blüht regelrecht auf in dieser Saison. AS čin gedacht. Ich brauche das buffet zu machen. Ich brauche das alleine. Kannst du mich ganzscheinlich mit einem anderen da? Das ist jetzt nicht mit Deutsch, aber ich bin ein ganzes Beispiel. Ich bin ein ganzes Beispiel. Ich bin ein ganzes Beispiel, aber ich bin ein ganzes Beispiel. Ich bin ein ganzes Beispiel. Das Vertrauen des Trainers ist das eine. Ja, mein Deutsch ist, ich glaube, immer besser. Ich kann jetzt mit Spielern auf Deutsch sprechen. Ja, genau. Ich glaube, Deutsch ist nicht perfekt, aber ich kann es einfach verstehen. Ich glaube, ich kann es mit den Trainern auf Deutsch sprechen. Der Trainer spricht auch im Gespräch auf Deutsch. Und das kann ich auch alle verstanden. Das ist wirklich sehr schön. Also ich glaube, ich glaube, immerhin immer beraten, dass wir die Lehrerin früher machen. Die Lehrerin sind immer sehr auf Deutsch. Ich denke, es ist die Lehrerin auf Deutsch. Ich glaube, es ist wahrscheinlich ein Unterliefer zu sprechen, aber ich denke, dass jeder Lehrerin spricht über Deutsch. Ich denke, es stimmt «Hey, Allahos!» Die Lehrerin ist in Österreich, so dass es nicht alles ist, das ist böse. Ich glaube, es ist auch ein großer Faktor für mich, dass ich Fußball gut spielen und gut leben kann. Danke! Danke! Hasebe選手と比べると、今見たインタビューを比べると、Hasebe選手の文法の方が正しかったけど、発音は南野選手の方が自然だね。聞き取りやすくしゃべる。 今オーストリアでプレイしてるから、それでドイツ語の理解は難しくなると思うと言ったけど、南野選手のドイツ語に方言が全く入ってない。 それはドイツ語の標準語をしゃべってるね。 それは言っちゃうといけないと思うけど、可愛い。優しくて若い。 特にHasebe選手と比べると、南野選手も真面目な印象をしてるけど、それより可愛くて優しい人。 もしこの動画が面白かったら、いいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。 それで、他の選手についてのリアクションビデオも欲しかったら、セリーコメント欄に入ってください。 では、またねー。バイバーイ。チー! ご視聴ありがとうございました。